Langsam fange ich auch an, die nicht mehr leiden zu können. Ah, du! Jawohl, das hat nochmal schönen Schaden gemacht. Cardog, du fängst einfach mal den ganzen Schaden ab. Hast du bestimmt nichts gegen. Bam! Und bam! Und bam! Und... Wow. Insgesamt kriegst du jetzt aber schon schön mehr Schaden ab. Du, what, what, what are you? Fucking Vorker. Hate. All my hate are belong to you. Wieso lässt du dich nicht zurückstoßen? Bing! Dann bin ich wieder da und hab gleich keine Pfeile mehr. Execute, execute. Schnell execute. In your face. So, jetzt hab ich mal wieder Mana. Hopp. Und irgendwie gehen die Mana-Schüsse einfach mal da durch. Scheiß drauf. Du da hinten bist am Schießen, ne? Was bist du für ein schneller Heini? Na komm. Ah. Dann helfe ich erst den Kettok. Muss ich das doch so machen. Hopp, hopp, hopp. Jetzt stirb, 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 bevor ich sterbe. Bitte, 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 bitte. Was ist mit dir los? Du willst einfach nicht sterben, ne? Da, doch. Geh. Oh, Krabbe-Fiecher. Will ich euch... Noch einer? Oh. Oh, shitty. Shitty Malitty. Ah, Krabbe-Fiecher. All my hate. Das ist bisschen die Arena, die ich am wenigsten leiten kann. Oh, Attacke. Ich bin gebufft. So, schön. Was macht? Sehr schön. So. Diese Scheißviecher. Mensch. Noch eins. Oh, Gott. Gut, langsam geht mir das echt auf den Geist. Komboshop. Bam, bam. In your face. Und... Kein Execute. Doch. Oh, 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 oh. Das sieht hier so schädig aus. Oh, oh, oh. Und wieder hängt irgendwas in der Luft. So, wo ist denn jetzt der Minotaurus hin? Werte Minotaurus nicht allein geflatzt. Nein, er steht doch vorne. ich hab keine Pfeile mehr Kacke find me some arrows ja das wär schön sind da vorne welchen nein das ist nur ein Schild das wird jetzt ein bisschen problematisch ja ich bin gebufft aber leider bringt mir das ohne Pfeile für Ellara gerade herzlich wenig wow damn it krieg du die volle Ladung schmerzhaft nicht ich wieso springt die einfach nicht weg jetzt Pfeile gefunden nein wieder nicht aber das sind Pfeile so das war's gewesen tot wow das war grad ein bisschen viel auf einmal und ich werde immer noch abgeschossen was steht von Pro von dort oben schön und ich schieße grad ein bisschen hektisch weil ich habe nicht mehr viele Leben äh da hast du da was rotes ich kann nicht mehr reden alles egal gut alles in Ordnung wo ist denn der Heini der Heini ist da drüben oh nein lebe nein weg mit dir Blind Shots sind Autohits fast und schnell hin da hinten gibt's noch Mana nein ja besser direkt mal heilen so was haben wir hä achso du bist gar kein Front alles klar noch ein Minutaurus Leute ihr habt's wohl ah okay es ist Hardcore und damit muss man halt klarkommen wenn man auf Hardcore spielt ja ich hab noch 16 Schüsse das ist wieder etwas sehr wenig ich muss wieder irgendwelche Leute umnähten damit ich mehr Schüsse kriege oh no let me be lass mich in Ruhe sag mir das so egal leave me alone das passt besser au ja einfach deinen eigenen Kollegen umnocken okay ich merke so langsam krieg ich auch ein Problem so die Heilfiliole aufnehmen bei dem Kedok geht's auch nicht mehr so gut jetzt ist das erste Mal down gegangen out of arrows ah shit ja wieso redet die eigentlich mit sich selbst ja eigentlich redet die wohl wahrscheinlich mit Kedok ne hm Pfeile wer braucht das schon wir nehmen erstmal Kristalle auf yay so dann hätten wir hier ein paar Pfeile mal schauen was kommt da denn runter gar nichts mäh auch ich krieg keinen Schaden F wir haben noch magische Pfeile wieso bin ich davon vorher nicht drauf gekommen wir haben noch einen magischen Bogen richtig auf richtig auf und reinhauen reinhauen und nochmal reinhauen ach hei je geht die Tür auf sind wir durch ich lebe Geld 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 haben wir lang nicht mehr gefunden oh was ja wieder mal unvorteilhaft einfach nur so dumm stehen zu bleiben ich hab das Gefühl ich musste irgendeine Bedingung noch weiter erfüllt um hier kommen irgendwie zu viele Gegner und ich weiß nicht was ich tun soll soll ich einfach nur durchhalten na au au ich hab zu wenig Heilung was ist das denn das ist auch nochmal Geld das ist schön so weg mit weg von hier weg von hier yeah mission impossible allem und jedem ausweichen kein Mana das ist schlecht kümmer ich mich erstmal ah um den Idioten ah wenn ich nur treffe so bitte hab Pfeile für mich übrig ja zumindest etwas ah mit dem langsamen mit dem kann ich in die Entfernung zielen oh noch einer und noch kaum wenn ich jetzt in den Hinterhalt gerate wäre es scheiße oh da steht der Hinterhalt ich hab das Gefühl ich muss hier weg ich hab das Gefühl der Typen interessiert sich nicht für mich execute mit einem gezielten Pfeil einfach ganz wundersen ah ich hab so ein Problem wenn der auf mich zustürmt neiiiin verdammt begrenztes Areal stepp doch einfach los komm ah shit 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 äh da ist jemand sauer da frisst das und dies und das ins Gesicht ins Gesicht so sieht das alles doch schon viel epischer aus viel dramatischer und wieder einfach nur langsam auf mich zukommt das verschlimmert das verschlimmert die ganze Sache auch noch so ein bisschen wow partner down oh shit oh ich hatte schon einen kleinen Herzkollaps gehabt dass der einfach nicht mehr aufsteht und das ist das sehr schön so wieso schießt die Dame nicht mehr Shit Irgendwas ist gerade mit der Steuerung Extrem nicht so, wie ich es gern haben will Boah Meine Güter, der eine Schlagkraft Der vierte Minotaur ist in der Reihe Nein Böse Ich geh wieder fernkampft Was hältst du davon? Bleib mal stehen Da In den Nacken In die Seite In die Hüfte In die Beine Überall sollst du Schmerzen erleiden Explodiere Bitte lass das die letzte Welle gewesen sein Yes Die Türen sind auf Egal, dafür nehme ich auch gern mal noch mehr Schaden hin So Das war's Bitte Danke Pfeile aufnehmen Pfeile einsammeln Bogen auswechseln Nein Oh shit Das war übel Und wir sind Bei weitem noch nicht beim letzten Endgegner